Weiß Schock hier nackig auf meinem Lederstuhl und schwitz mich gerade hier mit der Arschfläche am Stuhl fest. Der hat Klimaanlage. I'll be back. Weißt du was lustig ist? Ich war ja bei den Coburg, bei den Coburgern quasi, ne? Und glaubst mir, die haben einen Schwein im Garde. Und das ist kein Scherz, die haben wirklich einen Schwein im Garde. Naja. Wenn ich einen Garde hätte und einen Schwein, ich würde es auch so kombinieren. Die Happy Hour ist beendet. Ach stimmt, die ist schon noch rum. Scheiße. War mehr als zu spät. Auffrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Wir machen auch da eine Flugzeuge einsatzbereit. Was soll ich blödsinnig ist, weil wir jedes Mal mit Helikoptern über das Gebiet fliegen. Was machen die eigentlich mit diesen bereiten Flugzeugen immer? Toll, wie gerade einfach das Zeh nicht funktioniert hat. Ich bin nicht aufs Dach landen. Ich bin nicht aufs Dach landen, weil das Zeh nicht funktioniert hat. Ja, der Zeh muss schon funktionieren, das war ganz wichtig. Ja, was ist denn da los? Der Feind nähert sich. Wow. Der schießt besser als ich. Nein. Da stand ein Feuerwehrturm und hat gesniped. Ich hing auf der Treppe und hab mit der Pistol weggezogen. Das war witzig. Der Feind schießt über den Gebiet. Genug aufgewärmt. Bereithalten für den Einsatz im Kriegsgebiet. Manni, Manni, Manni ist ein Männername. Ich verspöre ein sehr geringes Maß an Begeisterung. Ja, so, ja. Ja. Sammelt mehr Geld als der Feind. Ach, vergisst es. Ach, vergisst es. Versteht dich. Guck dir klar. Bisschen wieder scharfer umzulanden. Das war eigentlich so nice. Äh, die Entfernung. Das ist hart. Ja, eben war schon nochmal ein Stück näher, ne? Ja, das ist schon ein Stück jetzt fliegen. Sonst hat man es da ein Auto findet. Aber das Gute ist, wir sind halt wieder sauer allein damit. Allein, allein. Gott, bitte. Also, nein, waren wir ja gar nicht für den Bedanken. Ich werde abgeschossen. Was? Ja, ich werde abgeschossen. Das Versionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschauen. Ja, weil ein Heli hinter dir herrscht. Oh, ein Heli? Ja, der zählt eventuell schon Prison. Oh. Ja. Gute das? Ja. Äh, noch einer kommt hin. Der landet schon. War ein Prison? Ja, ne, der kommt nicht gegen. Ne, der landet auch nicht. Ja, ist ein Prison. Ja, der Heli ist im Prison gelandet. Ich habe ihn so viel angeschossen, wie es nur irgendwie ging, aber... Feinde landen im Einsatzgebiet. Ja, geht woanders hin. Ich bin eh schon da. Bin auch da. Geht woanders hin, sagt er. Ich bin nicht da. Ey, warum sind wir denn hier nicht gefangen? Ich bin schon woanders. Das trifft jetzt nicht in der Hunde. Hätten einfach aufhören sollen. Ach, Batsch. Ja, jetzt werde ich auch noch gejagt. Natürlich, weil ich hier unten drin bin der Einzige. Bin auch da. Ach, Adna, grüß dich. Okay, dann machen wir das taktisch jetzt, ja? Linke Wiesel-Taktik. Oh. Nein, der hält mir unten keine Sorgen. Keine Porn. Keine Porn. Oh, da war doch was. Jetzt hier hin. Verbündeter Clusterschlag näher. Okay, was war's wo? Wo? Verbündeter. Was sind die Kriegner? Wird abgeschlossen, Achtung. Von wo? Weiß ich's nicht. Von oben irgendwo. Primäre Landezonen markiert. Extraktion in Bereitschaft. Da links unten. Er kommt auf unsere Ebene. Er ist eins runter. Er ist eine Ebene unter uns. Bei dir irgendwo. Oh. Nein, scheiße. Ah, Mist. Feindliche Zone über uns. Oh, das gibt's doch nicht. One-Shot schon wieder, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Hat denn eben eine Waffe gehabt? Willst du jetzt sehen? Na klar, Sniper. Ja, ich geh jetzt auch da, wo der mal hin ist. Die Zeit ist um. Ziel nicht dabei. Toll, jetzt hat nicht mal jemand unser Kopfgeld-Pozi umgenietet. Die Leute ist auch echt nichts. Die Runde war jetzt nicht gut, ne. Geh mal auf Vollkrawallhelm-Brizen einfach. Die Runde war jetzt nicht gut. Oh nein, ist das Dago? Ja. Nicht ein Geld dabei. Ach ja, aber da war ich nicht schon. Das ist möglich, ja. Oder halt ne andere. Ja, kann schon sein. Ach, das ist wieder dieses Haus, das ergeblich eine Truhe hat und doch nicht. Ach, mit der Klimaanlage. Ja, oder? Hier ist das bestimmt. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da sind doch... Die Oma. Da muss eine sein. Ja, da ist sie doch. Oh, sogar. Oh, die Silos. Legendärisch. Die Silos nehmen wir mit. Wir sind noch zwei übernommen. Wie geht das? Ja. Da ist die Bank. 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 Nice. Boah, aber die ersten fühlen jetzt ganz schön. Die waren eben noch näher dran. Da sind wir jetzt zu und sind wir raus. Na, dann. Da müssen wir raus, oder? Psy. Ah, weg. Da, dann, dann, dann. Hier ist der Timo gelang jetzt. Bist du? Ach, das ist was denn so. Timo war auch schon in der Kirche. Er ist noch Sonntag. Ja, stimmt. Hier war er nicht. Das hat kein Geld in die Schildforsen in der grünen Kiste. Ich geh mal hin. Hast du? Hier ist mal. Oh, die ist auf dem Dach gelandet. Das ist super. Das ist in Offenbach gelandet. Das ist doch scheiße. Oh, Füpper. Oh, Füpper. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh, Füpper auf einmal. Ja, ich hab die Brille aufgenommen. Ja, ich hab kein Geld mehr, egal. Ich hab kein Geld mehr. Die können nix. Oh, ich hab kein Geld mehr dabei gehabt. Schade, ne? Ich hab kein Geld mehr dabei. Ich hab's ja auch schnell launes Geld. Die gibt's null Dollar. Das ist natürlich hart. Oh. Ich hab's ja in Offenbach gewählt. Ich hab's ja in Offenbach gewählt. Ja, aber das heißt doch, dass wir da Besuch haben. Markiert. Okay. Die Zeit bleibt uns davon. Schnell ins Zielgebiet. Ich kann mal hinnehmen. Ah, da drüben. Das kann nicht sein, wie hat er das überlebt? Das war genau im Dings drin. Scheiße. Boah, sie hat mal irgendwo, rennt da einer rum. Oh ja, tatsächlich, ich habe die Beleutung. Und jetzt bist du. Kann man den Hinswirt fahren? Ja, genau. Ich habe es schon mal gesagt. Diese dumme Nachricht kommt einfach viel zu spät. Hab ihn. Das ist doch dumm, wenn ich schon tot bin, bevor er seinen Satz fertig gesprochen hat. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ey, soll er das bitte sagen in dem Moment, da die abspringen und nicht, wenn sie landen? So ein Witz. Wenn ich jetzt irgendwas gebracht habe, dass ich ihn getötet habe. Du hast mich gerecht, ja. Hm. Hm. Ich kacke, das ist ja schon gespielt, ich würde gerne sagen. Aufdachseitein abgelaufen. Neuer einstellen. Wie? Führungistin. Oh. Inderisch. Komm, noch ein bisschen. Habt ihr noch ein bisschen irgendwo? Ich höre eine Kiste, aber ich weiß nicht wo. Ja, ja. Ich habe gleich eine. Ei oben. Ach, das ist ja. Das gibt's nicht. Ja, geil. Irgendwo noch eine Kiste sein. Oh, scheiße, am Dach. Wow. Ohne der Aufklärungsüberflug an. Ohne erreicht Einsatzgebiet. Ja, ja. Hunde uns. Bezeugt bei mir. Hartmann, geh mit hin, bitte. Ja. Ja. Hast du sie? Ja. Okay. Da schießt du wieder irgendwo was? Yes. Hast du's? Ja. Okay, warte, komm her. Gib's dir dann weg. Bleib da unten stehen. Du musst Geld nehmen hier. Das Geld ist nicht genug. Achso, oh. Rönt. Weg damit. Okay, sehr geil. Sehr geil, Atmer, sehr geil. Achtung, Drohntreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese Ruppenrunde gerade noch reißen. Ja. Ja. Also nach dem Starts, never ever. Vielleicht doch auch Kistchen. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Da geht ein. Oh, hier war schon. Ah, hier ist ja mal noch eine Kiste. Ich muss da immer auf dem Dach sitzen. Ah, das ist auf dem Dach. Hier komm ich denn da hin? Oh, hier ist ja noch ein Fahrzeug. Ja, bei euch geht keins runter, glaube ich. Wenn wir es wegfahren sehen von mir. Ja. Ja, sind direkt zu meinem Haus gerannt. Ach, hier hat schon ein Windsch wieder von allen Seiten umgestellt. Das gibt es doch nicht. Ich hasse es, dass sie immer aus dem Nichts auftauchen. Oh, da muss ich nicht. Ich habe kein Geld mehr, ich habe auch nicht so ein Minigeld. Ja, die können aber nichts mehr machen. Die können nichts mehr machen. Die Zeit ist Rom, die Wichser. Ja, das hätte ich niemals gedacht. Gerade. Ich würde gleich mal aufhören. Aber war ja sehr nice. Mhm. Ja. Ah, schön. Ich habe mich sehr gefreut. Der Matner fiel nur in der Hunderttausender, aber er hat einen Abschuss. Stimmt. Hat ich aber einen gekillt? Nein, im letzten Spiel noch einen gekillt. Ich habe dich gerecht. Sehr schön. Das. Sehr schön, sehr schön. Oh fuck, ich habe einen doppelten EP-Token ausgelöst. Hm. Dumm. Na egal. Hm. Okay. Blöden wir noch nicht. Ah. 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 Ah.